Heyo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Renegade. Ja, eine neue Runde, ein neuer Tag, äh, mehrere Tage schon eine Aufnahmepause gehabt und, äh, ich dachte mir, ja gut, ich will doch die Mission erstmal hinter mir bringen, bevor zu lange Pause, ähm, dazwischen liegt, weil es ist doch ein bisschen mies, wenn da eine Woche Pause dazwischen ist und man nichts mehr weiß, so eine Story. Ich meine, gut, ich hab sowieso ein scheiß Gedächtnis und weiß sowieso nicht mehr, was hier abläuft, aber, ja gut. Ähm, bin ich jetzt im Kommunikationszentrum? Fängt schon an, ich weiß mal nicht. Ich soll eine Schlüsselkarte finden, okay, soweit weiß ich wieder. Heilung kann ich gut brauchen. Und, äh, eins weiß ich, draufgängere, schürt ich jetzt nicht unbedingt ein. Hier sieht's ja nicht so aus, als wäre da einer, ähm, ist jetzt halt die Frage, wo hatte ich letztes, ähm, oh, hallo, was gefunden gehabt. Gut, den Tiberium, da will ich den eigentlich so stören, oh. Ja, okay, gut. Mann, der hat mich jetzt eigentlich irgendwo erschrocken. Nimm die scheiß Rüstung. Oh, ne, ey. Rüstung, äh, Minigun, Muni. Natürlich. Äh, hier auch. Oh, Flammenwerfen-Typisch, aber, das ist nicht so gesund. Aber, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich geh erstmal weg. Ist mir irgendwo zu heikel. Hallo, ist gut. Gut. Ja, ist, ist gut. Gib mir ruhig alle Rüstung. Irgendwer, äh, ruft doch, ruft doch irgendwelchen, oder? Äh, wer schießt den Atter? Warum, wo kommen die alle? Gut, Tiberium Sammler ist kaputt, das ist das Wichtigste mitunter. Ich muss schauen, wo wird denn hier eigentlich? Okay, hier kommen welche runter, das ist schön zu wissen. Noch schöner zu wissen ist, dass die irgendwie alle so verpennt sind. Warte. Ja, ist gut, ist gut. Äh. Rennt doch nicht weg. Ja, die sind ja alle irgendwo ein bisschen, nicht negativ gemeint, aber irgendwo zurückgeblieben, oder? Okay, schauen wir erstmal hier hoch. Ich bitte, dass da keiner ist. Ja, ich hatte gedacht, der wechselt jetzt die Fahne. Äh, gut. Ah, da haben wir... Ja, ist gut. Wo kommst du her, du Ratte? Jetzt mal ehrlich, wie kam der jetzt hoch? Äh, wo kommt ihr her? Ja, okay, ihr kommt von... Irgendwo her. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Äh, wichtig ist nur, da ich eigentlich schon mal fast tot bin, Das ist ein richtig gutes Zeichen, ist. Äh, und irgendwie mit der Munition Probleme haben. Ja, ja, danke. Ich brauch irgendwie, äh, mitunter Munition, Rüstung. Äh, Leben bräuchte ich auch. Okay, kommt, naja. Komm, stopp, bitte, einfach. Und, äh, eins weiß ich noch, irgendein Offizier hatte... Gut. Irgendein Offizier hatte noch eine Karte gehabt. Ich weiß nicht, ob die jetzt in der Tiberium gegriffen sind, Rewa. Äh, das sind dann halt so die Probleme, die ich halt nicht mehr weiß, ne? Aber, hör auf, das macht man nicht. Nicht einfach so auf mich schießen. Das kann ich überhaupt nicht ab. Oh ja, gut, der hat ein bisschen gepennt. Ist ja kein Problem. Oh, scheiße. Ups, tut mir aber leid. Okay, es wird geschossen. Guten Tag, wo kommst du her? Oder wo kamst du her? Ich würde nämlich gerne wissen, wo ihr herkommt. Ach, stimmt. Ja, hier bin ich, glaube ich, das letzte Mal auch irgendwie voll daneben glatt. Aber gut, das Leben sieht soweit eigentlich gut aus. Deswegen, äh, will ich speichern und nicht irgendwelche Fahrzeuge angucken. Äh, deswegen gehe ich mal erstmal auf Auto speichern. Und dann speichere ich auch noch gerne die Nummer. Eins davon. Einen Sicherheitsnummer eins will ich erstmal mal lassen. Ich weiß, es ist ziemlich kompliziert mit dem ganzen Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, vier, fünf, sechs, acht, ne? Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Sieht nach einem Magnetschlüssel aus. Gehen Sie zum Hauptcomputer in der Kommunikationszentrale. Ja, kann ich später machen. Ich will erstmal... Weiß nicht, ich glaube, dass wir Sicherheitsstufe Dienstbums, aber die Munition würde ich gerne trotzdem machen. Die Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 2. Kannst gut erzählen. Es ist auch schön, aber irgendwie gerade unpassend. Draußen höre ich natürlich auch die Feinde, wie verrückt. Gut, das mit den Magnetschlüssel hat sich dann erledigt. Irgendwie habe ich Angst, Angst. Nee, gerade keiner. Obwohl ich wen gehört habe. Komisches ja. Gut, wir gehen erstmal ins Kommunikationszentrum. Das hat irgendwie auch... Gehen Sie rein und finden Sie den Hauptcomputer. Eva sollte darauf zugreifen können. Sie nähern sich dem Hauptcomputer. Er sollte ein Stockwerk weiter unten, links von Ihnen sein. Richtig, und ich habe das letzte Mal hier gleich auf der Etage, da drinnen, Moment, da drinnen einfach gleich alles kaputt gesprengt, weil ich hätte nicht machen dürfen. Und ich muss weiter runter, das ist denn das gewesen. Und hier geht es natürlich, glaube ich, weiter runter. Sieht danach wenigstens aus. Das ist ein Fahrstuhl? Ich bin ein Fahrstuhl? Das sieht ja eigentlich aus wie ein Hauptcomputer. Für mich. Du bist ausgesprochen lästig, kleine GDI-Wanze. Schauen wir mal. Ah, Captain Parker. Codename Hammer. Das klingt so gewöhnlich. Erzählt das jetzt? Nee? Äh, schade. Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier hin muss. Komische Welt. Gut, dann fahre ich mit dem Fahrstuhl. Nee, warte, der geht doch nach oben, oder? Ja. Hallo. Okay, da möchte ich nicht hin. Ähm. Was ist denn für euch? Beziehungsweise wo ist bei euch der Hauptcomputer? Stromkappen oder so, ja. Ich vermisse irgendwie ein Messer. Ist irgendwie so KF-Duty-Standortier mit Messer. Ehe getroffen und entbehren. Gut, ich muss da unten. Ja, schon kapiert, aber... Bruderschaft Nord. Ja, ja. Gut, damit ich hiermit interagieren kann. Aber... Ich komme trotzdem nicht runter. Äh, jetzt weiß ich nicht, woran es liegt. Liegt es am Fahrstuhl? Weil, ja, den Gang hier. Weiß nicht. Wo geht es denn nach dem... Ist der Hauptcomputer. Ja, den möchte ich nicht mal kaputt machen, weil dann... Gibt es ja Ärger. Flugdaten übertragen und gespeichert. Das sieht doch gut aus. Laut Flugplan ist das Flugzeug vor kurzem hier vorbeigekommen und zum Kontinent unterwegs. Äh... Ja, okay, was würdest du mir jetzt sagen? Erstmal speichern. Weil das war jetzt gar nicht so verkehrt. Jetzt ist die Frage, wäre es verkehrt, wenn ich jetzt das Hauptgebäude kaputt mache? Weiß ich gar nicht. Aber ich denke mal, vielleicht kann ich jetzt rausgehen. Im Moment wurde mir ja sowieso noch kein weiteres Ziel vermerkt. Ähm, von daher schauen wir erst mal nach Leben. Boah, ich höre schon Helis. Oh mein Gott. Ich werde sowas noch sterben. Mit dem paar HP kann ich doch nicht weit kommen. Achtung, kritischer Gesundheit. Ja, mit dem wenig HP komme ich da nicht weit. Kritischer Stingspunkt ist schön, dass du mir das sagst, aber... Mädel, ähm... Ja, wir haben 20 Uhr noch was. Gut, dass man da auch die Zeit sieht. Ähm... Oh Mädel, äh... Ich sollte jetzt nicht Anzaft gegen den... Anzaft? Ähm... Ich will ja nicht nörgeln oder so, aber mit 100 HP komme ich da echt nicht... ...gegen an. Und um mir den Weg nochmal zu ersparen... Äh... Mache ich das nochmal? Und ich komme mit 100 HP nicht weit, Mädel. Sag ich dir. Ich kann ja gucken, ob ich irgendwo... Schön, dass da Muni liegt, aber... Also... Da fliegt's schon. Oh, scheiße. Wollt ihr jetzt jemand reinkommt? Ich hab Angst. Er schieß ruhig aufs Kommunikation Center, ja? Ja, der macht das ja wirklich. Ja, okay, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ähm... Ja, ich... Ich bin grad ruhig. Ich geb's so... Oh... Ey, der macht ja alles Schutt und Asche. Wie soll ich den jetzt ernsthaft gegen den Kämpfen? Und ich hab's fast geschafft. Du versuchst es wohl mit allen, äh, den Lass-Rest. Ich seh' ihn nicht mal... Okay, anscheinend hat's soweit geklappt. Ey, lass mich jetzt die Mission zu Ende sein, ja? Ja, Peng, folgt die Leitung. Mama Mia, das ist ein Kampf. Ja, fliehen Sie, gut gemeint, aber... Wartung! Instabile seismische Aktivität geortet. Personal sofort evakuieren. Danke. Ist ein, äh... Wenig, äh, wenig... Ja, Hoffnung. Auf jeden Fall soweit Hoffnung, da ich jetzt, ähm... Na, speichern kann. Ohne jetzt zu überlegen... Äh, scheiße, hab ich jetzt Fail gemacht oder nicht? Gut, das sieht aus nach dem Hafen. Ich will jetzt aber nicht mal mit einer MG rumschießen. Hey, das war eben mehr Glück als... Verstand. Was, Moni? Ich denke mal, die kann ich mir da irgendwie holen, oder? Warnung! Instabile seismische Aktivität geortet. Seismische, was ist denn das? Evakuieren. Interessiert sowieso keinen Arsch. Sorry, ich sollte nur Arsch mich sagen. Äh, durch die Lücke zwänge ich mich mal. Ich hoffe, Sie... Sie haben keine Zeit mehr. Finden Sie das U-Boot unter nichts wie weg. Ich räu' mir nur ein bisschen auf, bevor ich gehe. Hör auf! Äh, neun. Instabile seismische Aktivitäten geortet. Personal sofort evakuieren. Ey, gut, ich bin zwar kein Personal, aber... Ich glaube, ich werde mich jetzt wirklich gleich von der Insel verkrümmeln. Statt dass jetzt hier irgendwelche... ...böse schwarze Hand... ...hier noch irgendwo was drinne. Ja, schön, dass hier... ...ja, Interaktion mit Hirnen, was nicht alles hinter... ...äh... ...ja... ...komm, laber nicht, du Tüsse. Personal sofort evakuieren. Achso. Gut, ich habe mich gewundert... ...äh, äh, 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 bäh, nicht, dass ich jetzt Spielaufgang... ...hätt. ...hätt, hätt, gut. Ja, ähm, ich werde jetzt das Video noch laufen lassen. Natürlich auch was leiser drin.